Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاوَزْنَ بِنِي إِسْرَيْلَ الْبَحْرِ Und wir haben sie, Bani Israel, das Volk, mit dem Musa zusammen gewesen ist, durch das Meer geführt. Was ist danach passiert? فَأَتْبَعْهُمْ فَرْعَونُ وَجُلُودُ Firaun und seine Soldaten haben diesen Leuten gefolgt. Wen? Musa, aleyhissalatu wassalam, und Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala hat dann seine Macht spielen lassen. Das Meer war vor Musa und Bani Israel. Und hinter ihnen waren die Truppen, Firaun und seine Soldaten. Was hat Allah mit dem Meer gemacht? Wer sagt mir das? Ich will sehen, wer sich mit dem Koran beschäftigt. Bitteschön. Allah hat das Meer gespalten. Wie? Wie? إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah hat zu allem die Macht. Und Allah hat trockene Wege geebnet. Was heißt trockene Wege? Wo sie durchlaufen konnten, ohne dass sie vom Wasser einen Schaden erfahren haben. Und so sind sie durchgegangen, durch diese Wege. Und als Firaun und seine Truppen ihnen gefolgt sind, Allah wollte es so, so hat Allah das Meer wieder zurückgebildet. Und sie wurden alle ertränkt, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in diesem Zusammenhang, als Firaun dann gesagt hat, آمنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَيْلِ وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ Sondern du hast hier zwangsweise dich für die Wahrheit entschieden und dieser Zwang wird für dich nicht angerechnet. Mal froh, erst als die Strafe kam, hat er gesagt, ich glaube an den und den. Und subhanallah, wenn ein Mann dir eine Waffe an den Kopf hält und dir sagt, sprich den Kuffer aus und du sprichst den Unglauben aus, bist du ein Kaffir geworden? Warum nicht? Warum bist du kein Kaffir geworden? Bitteschön. Weil du im Herzen glaubst. Und vor allen Dingen, wie hast du es ausgesprochen? Freiwillig oder gezwungen? Gezwungen. Und wie hat Firaun das Glaubensbekenntnis gesprochen? Gezwungen. Zwang bringt nichts. Der Zwang bringt nichts, liebe Geschwister. Zwang bringt nichts, liebe Geschwister.